Willkommen zum Seminar Markenrecht – Kompakt. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Das Markenrecht ist Bestandteil des Kennzeichenrechts und dient vor allem dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Heutzutage werden insbesondere über die Marke Eigenschaften und Wertschätzung für ein Produkt oder eine Dienstleistung transportiert. Sie hasst das Herzstück für Vermarktung und Kundenbindung. Unser Seminar vermittelt Ihnen leicht zugänglich Wissen im Markenrecht. Wie melden Sie eine Marke an? Wie können Sie bei Verletzungen des Markenrechts vorgehen? Wie managen Sie Ihre Marke professionell? Unsere Rechtsexperten ermöglichen auch Marketingfachleuten und Produktmanagern einen leichten Zugang in das Markenrecht. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020